Am Ende des Videos wirst du wissen, warum du dein Nervensystem nicht regulieren musst, warum es sogar sehr gefährlich werden kann, wenn du dein Nervensystem andauernd regulierst und was du stattdessen tun kannst, um wieder innere Ruhe zu finden. Um zu verstehen, warum es nicht normal ist, sein Nervensystem regulieren zu müssen, musst du erst einmal verstehen, wie die Aktivierung des Nervensystems abläuft. Erstens, dein Körper erkennt eine Gefahr. Zweitens, er reagiert mit Angst, indem er Stresshormone ausschüttet und das Nervensystem aktiviert. Und drittens, sobald die Gefahr vorüber ist, sinkt auch dein Stresspegel wieder und das Nervensystem wird deaktiviert. Was fällt dir auf? Das Nervensystem wird aktiviert und unter normalen Bedingungen wieder deaktiviert, sobald die Gefahr vorüber ist. Das Nervensystem reguliert sich also selbst. Unter normalen Bedingungen merken, das wird gleich noch sehr wichtig. Denn diese Erkenntnis wird dir dabei helfen zu verstehen, warum das Problem an einer ganz anderen Stelle zu finden ist. Denn woher kommt eigentlich dein Drang, dein Nervensystem regulieren zu wollen? Wahrscheinlich daher, weil es andauernd aktiviert ist und nicht mehr von alleine runterfährt. Und wenn dein Nervensystem nicht mehr von alleine runterfährt, dann bedeutet das, dass es anhaltende Gefahren gibt, die dein Nervensystem im Alarmzustand gefangen halten. Entweder auf der gedanklichen oder auf der körperlichen Ebene. Und das ist alles andere als eine normale Bedingung. Denn diese chronischen Gefahren, mit denen wir es heute zu tun haben, gibt es unter natürlichen, normalen Bedingungen nicht, beziehungsweise nur sehr selten. Das Nervensystem ist einfach nicht dafür gemacht, ständig im Alarmzustand zu sein. Und wenn du davon ausgehst, dass du dein Nervensystem immer bewusst und aktiv regulieren musst und genau das dein Ziel ist, dann wirst du die Ursachen, die diese ständige Regulierung überhaupt erst nötig machen, wahrscheinlich völlig ignorieren. Und das wird dann dafür sorgen, dass du dein Nervensystem niemals nachhaltig aus diesem chronischen Alarmzustand rausholst, sondern immer nur von Ruhrphase zu Ruhrphase springst. Das ist in etwa so wie bei einem gebrochenen Bein, ständig einfach nur Schmerztabletten zu schlucken und trotzdem weiterhin mit dem gebrochenen Bein durch die Gegend zu rennen, ohne es nachhaltig abheilen zu lassen. Es gibt zwar Ausnahmen, wo es sinnvoll sein kann, das Nervensystem aktiv und bewusst zu regulieren, aber das ist wieder ein anderes Thema. Darauf werde ich vielleicht in einem eigenen Video eingehen. Wenn du daran Interesse hast, schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Aber im Großen und Ganzen läuft es so, dass wenn du dein Nervensystem ständig bewusst und aktiv regulieren musst, irgendwas gewaltig falsch in deinem Leben läuft, was einfach eine nachhaltige Lösung erfordert. Eine Regulierung des Nervensystems ist immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und jetzt will ich dir ein paar Schritte zeigen, die nötig sind, um dein Nervensystem aus diesem dauerhaften Alarmzustand rauszuholen. Wie gesagt, ein dauerhaft aktiviertes Nervensystem bedeutet auch immer, dass es chronische Ursachen gibt. Und die vier häufigsten Ursachen, die dein Nervensystem immer und immer wieder aktivieren, sind folgende. An erster Stelle steht die negative Bewertung der Stresssymptome. Also die Symptome, über die du überhaupt merkst, dass dein Nervensystem aktiviert worden ist. Sowas wie Schwindel, Schwitzen, erhöhte Herzfrequenz. Und solange du diese Symptome negativ bewertest, wirst du eine neue Stressreaktion auslösen, die diese Symptome dann wiederum befeuert. Denn diese Symptome basieren auf Stresshormonen und wenn du eine neue Stressreaktion auslöst, durch die Bewertung werden noch mehr Stresshormone ausgeschüttet, die diese Symptome dann bestärken, verlängern oder völlig neue Symptome auslösen. Die zweite große Ursache ist eine ungesunde Ernährung. Die dritte Ursache ist ein Bewegungsmangel. Und die vierte Ursache ist eine schlechte Schlafhygiene. Die letzten drei Punkte sind also reine Lifestyle-Faktoren. Und wenn du gelernt hast, die Symptome nicht mehr bewerten zu müssen und gleichzeitig einen gesunden, natürlichen Lebensstil pflegst, wirst du den absoluten Großteil der möglichen Ursachen schon aus der Welt geschafft haben. Dein Körper weiß selbst, wie er das Nervensystem regulieren muss, wenn er dabei nicht gestört wird. Und er kann nur ungestört funktionieren, wenn seine Grundbedürfnisse erfüllt werden. Und dazu gehören nun mal auch Bewegung, eine gesunde Ernährung und Schlaf. Auf die erste Ursache, nämlich die negative Bewertung der Stresssymptome, bin ich schon in diesem Video eingegangen. Und warum es so wichtig für die nachhaltige Beruhigung deines Nervensystems ist. Ein extrem wichtiges Video, sollst du dir jetzt im Anschluss unbedingt anschauen. Wenn dir dieses Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, die Glocke drückst, das Video teilst, mir einen Kommentar hinterlässt und dann würde ich es ansehen und spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.